Ja, willkommen zurück bei einer weiteren Folge Unturned. Oh, kann ich gleich mal reinhauen hier? Ja, dabei sind... Ich bin Juri, ich bin Juri. Und gemeinsam sind wir Jusha. Ich bin Enno, hallo, hallo. Hallo, ja. Oder ich bin Korku. Er macht... Ja. Oh nee, er pflanzt an. Ich auch da. Pflanzt gerade an. Ja, Enno auch da, hallo. Ähm. Alter, wir haben mittlerweile zwei Reihen an Zitz. Aber irgendwie ist das ziemlich scheiße, wenn man das da erntet, ne? Dann kriegt man irgendwie nur... Ja, ich finde nur Karotten. Dann kriegt man halt nur einmal die fertige Frucht oder das fertige Gemüse raus. Aber du kriegst keine Samen dazu, oder wie meinst du? Aber du kriegst keine Samen dazu. Das ist ziemlich scheiße. Das ist ja dumm, da lohnt sich das ja voll. Ja, eigentlich, ja. Genau. Ey, warte, dann kriegst du einmal die fertige Frucht? Nicht, wenn du Agriculture geskillt hast. Ich wollte gerade sagen, ich brauche eine Krotte, um Krottensamen zu machen. Ja, okay, gut. Wenn das so ist, dann ist gut. Dann macht das ja null Sinn. Ja doch, es macht Sinn, wenn du es hochgeskillt hast. Ja, genau. So, wahrscheinlich, je mehr du geskillt hast, desto mehr kriegst du raus. Also, Enno hat geskillt, also baut Enno... Nee, nee, ja, doch. Also, ich habe es bereits voll geskillt. Also, wenn da etwas Erntbares da ist, dann lass mich das auch machen. Erdbeeren? Gibt es Erdbeeren? Oh, ich will Erdbeeren. Alter, wer kommt hier jetzt mit seinem Auto an? Das ist meine Stadt, zieh weiter. Meine Stadt, da ist der Punkt, der Punkt. Ja, no, weitergefahren. Tschüss. Hi. Sind alle auf der Suche nach Sägen, oder? Ja, deswegen dachte ich ja, dass er weitergucken kann. Heißt, mal fängt wieder meine Stadt, haut sie raus. Oh, ihr seid schon hart, ihr. Okay, dann fahre ich weiter. Tschüss. Hier ist ein Rees. Böde ich. Ihr müsst es töten. Es ist das Böse. Das Böse. Entschuldigung. Das ist der Busch. Irgendwie ist hier null Zombies. Ich habe hier ganz viele, aber ich bin auch bei der Militärbörse. Es ist hier in der Stadt kein einziger Zombie, das ist hier verkehrt. Möchte vielleicht mal deinen Katana-Skin haben? Nee, danke. Ja, Skin? Skin. Ah, Skin. Skin. Teil noch im zweiten übrig. Könnte ich vergeben. Doch, nicht so unbedingt. Ja. Ich habe einen Katana, das ist mir jetzt wichtiger. Ich habe auch einen. Ja, klar, von mir. Juli, sei Dank. Katana ist Beste. Oh, sie hat sich betankt. Einen Brunnen, ja, ich kann meine K... Die ihn wieder füllen. Das ist wahrscheinlich Dirty, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich habe Purification-Tablets. Dirty Dancing, warte mal. Warte, was kommt denn mal dazu? In the face. Dirty Dancing, in the face. Dirty Dancing in the face, ja, Leute. So, warte mal, ich gucke mal, ob ich hier... Ach, mit Rechtsklick füllt man die. Kann man jetzt seine Kantine irgendwie hier abdingsen? So lange, ich habe Platz. Ab, 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 ab. Ne? Wie geht das? Man braucht, glaube ich, Purification-Tablets. Ich gehe daran, dass ich relativ viel Scheiße mit rumtrage. Ach, denn... Da ist das Haus. Äh, wo haben wir denn? Oh, eine Säge. Allerdings nur eine Kettensäge. Ach. Ist das gut? Nein, ist nicht gut. So ist das nicht gut? Ich mag meine Kettensäge. Und hier ist wieder so eine Sichel. Super. Mit der Korb hier am Anfang rumgelaufen ist, wieder tot. Okay. So, ja, hier. Wie heißen die Purification-Tablets? Hier brauche ich noch. Dann... Habe ich die erste Etage auch ausgefüllt. Dann brauche ich hier Stöcker. Mal kurz. Ich glaube, mit den Sticks hier könnte ich... Könnte ich... Ja, warte mal. Hier, wie heißt das? Ne, 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 ne. Nen Dings? Ein Counter... Ne, ne. Ja, ein Dings. Einen Tiste bauen. Achso. Ein Dings, genau. Weil, ne, sind nicht genug. Ich weiß immer noch nicht, warum ich keine bauen kann. Ich auch nicht. Ja, vielleicht, weil man wirklich eine Säge braucht? Nee, dann müsste Korpi das ja nicht sehen können. Ich glaube aber nicht, dass das ausreicht. Dann braucht man schon eine normale Säge. Also in Anführungsstrichen normal. Wer darf in unserer heutigen Gesellschaft denn bestimmen, was normal ist? Ehrlich? Gut, da haben wir das erstmal geklärt. Somit wäre das geklärt. Ich bin jetzt beim Funkturm. Soll ich mal ein bisschen Holz? Wobei, ne, der Inventar ist nicht frei genug. Funkturm, es gibt, warte mal, wo ist der Funkturm? Da, wo ich gerade bin. Ah, ich geh mal da hin. Da muss Waldechschritte bauen, den wollte ich mitnehmen. Ich glaube, der war's. Ich hatte das mal mit dem Ausführen einer Tätigkeit nicht. Irgendwie dazu bekommt, wie bei... Erfahrung, meinst du? Irgendwie Kraft. Nee, äh, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Zeit durch die Gegend läuft, so läuft, so wie ich, und Bäume fällt, dass man dann in Baum fällen nicht besser wird oder so. Du kannst aber Baum fällen... Ich weiß, dass ich das gehen kann, hab ich gesehen, aber ich find's trotzdem schade. Du kriegst doch XP, wenn du Räume fällt so nicht... Ja, das ist überraschend viel sogar. Ja, da kannst du's doch damit scaleen und wirst damit besser. Ach, Out of Space. Ach, Mann, so. Ich hab mir diese Space-Geschichte. Super. Voll abgespaced. Wie viel Uhr haben wir eigentlich mittlerweile? So, jetzt droppe ich... Ich kann ja mal nachgucken gehen. 15.53 Uhr haben wir's jetzt gerade. Hm, nehmen wir schon recht lange auf, ne? Jetzt schwäche man nicht. Also wir hätten schon länger aufnehmen können. Ja, wir hätten ja schon länger aufnehmen können. So circa eine Stunde mehr. Ja, halb Folgen. Dann hätten wir vier Stunden mehr schon intus. 40 Minuten. Na ja. Oh, Kanada. Egal. Dafür hab ich heute noch bis zu zwei Uhr morgens gezeigt. Dankeschön, ich hab ein Ohrraum verteilt. Verteilt. Ne, ich hab dir einfach nur nachgemacht, weil ich kenn das Lied nicht. Oh, Kanada. Was? Kennst du nicht? Oh, Kanada. Habt ihr Schauer, Matthew, Wanda geguckt? Echt, Mann. Daher hab ich das. Hab ich aber nicht alle Folgen. Ja, so, ich glaub ich hab auch nicht alle Folgen. Ein paar DVDs habe, tatsächlich. Ein paar DVDs, wo ich wirklich alle Folgen geguckt hab. How I Met Your Mother ist tatsächlich eine Serie, von der ich mir tatsächlich eine DVD geguckt habe, um die Serie zu gucken. Und die ich mir nicht einfach im Internet angeguckt habe. Deswegen, wie soll ich die denn? Du hast dir eine Serie geguckt, um sie zu gucken. Gekauft. Gekauft. Hm, Charlie ist wieder witzig heute. Ich hab's nicht gesagt. Planter, was ist ein Planter? Was zum Planten? Oder so. Ach. Anflanschen? Verstehen Sie. Plantingbox, perfect for rising crops of flowers. Wann ist wieder Blutmond? Toll, Flowers, weil wir schon Flowers haben. Weißt du noch, so am Anfang, nein Mann, Vollmond, lasst uns aufhören jetzt. Oh, scheiße. Ja, aber das war immer ein gutes Timing. Das war immer voll das gute Timing bei, mit Vollmond aufhören. Nein, ich hab Floor gebaut. Nur einem Scheiße. Wieso können wir jetzt das nicht aufhören? Wenn du F gedrückt hältst darauf, dann baust du es ab. Warte, mach ich das einfacher. Ich will das nicht aufbauen, ich will das weg haben. Ach, fickt euch, ich brauch das nicht. Mit F einfach, dann ist es weg. Zumindest weg. Kühl. Ich setze jetzt erstmal lustige... Ihr werdet sterben. Oh Gott, nein, ich hab... Scheiße, ich hab sie nochmal geschossen. Oh, cool, ich kann auf Wände laufen. Ah, jetzt ist sie tot. Eh, hier sind Spinnenweben, hier geh ich nicht rein. Halli und ihre Phobie. Das ist nicht mein Witz, sie hat doch wirklich eine Spinnenphobie. Das habe ich in einer Minecraft-Aufnahme bemerkt. Wirklich nur die Phobie, wirklich nur die Phobie? Oder nur dieser Typ, der E-Faktor? Ja, ihr habt ja eine Phobie. Magdorce kann man schon Phobie nennen, ja. Ja? Okay. Ja. Ja. Ekelfaktor wäre schön. Das wäre noch süß. Das ist dann so wie ich, so ich mag es nicht, wenn sie mich anspringen, aber wenn sie in der Ecke hängen ist ganz okay, da habe ich sie ja im Blick. Bei Charlie ist das so, sobald auch nur eine Spinne in der Nähe ist, äh... Existiert in der Welt. Läuft sie kreischend im Kreis und hat Albträume und sowas. Schön, es braucht nicht, wenn eine Spinne existieren, es braucht nur mein Haar am Nacken lang zu halten und ich spring auf. Ja, sowas. Das ist heftig. Kann ich aber irgendwo verstehen. Echt mal. Was? Das sind sehr nützliche und eigentlich recht nützliche Tiere. Ich hasse Mücken und da, was das angeht, sind die echt praktisch. Ich hasse Mücken null, weil der Vorteil ist, ich hab, äh, ich glaub Mücken gehen nur an ultra süßes Blut ran oder sowas ist die Sache. Und mein Blut, ich wollte mir ziemlich scheiße. Ich hab in meinem Leben nur drei Mücken oder so gestochen. Es gibt kein süßes Blut. Es gibt kein Blut, das süßer ist als anderes. Ja, ich weiß nicht, was genau das ist, aber... Es ist eine bestimmte Blutgruppe, das die, das die bevorzugen. Das ist richtig, aber... Ich glaub nicht, dass es eine bevorzugte Blutgruppe gibt. Ich weiß nicht, ich kenn mich da nicht aus. Doch, gibt es tatsächlich. Ja. Das ist doch nur eine andere Form der roten Blutkörperchen oder so. Bevorzug im Schadenblut. Ja, aber das bevorzugen die. So, wenn wir uns zum Beispiel als Beispiel nehmen, ich werde selten gebissen. Maniche gegen sieht immer aus, wenn wir Mücken haben, wie so ein weißer Käse-Nummel. Schöne ist, meine Mückenstiche sind auch alle immer extrem groß. Und wenn ich dann so ein rotes Gesicht, dann hab, hab ich so einen riesenroten Fleck im Gesicht, so... Ich wurde noch nie im Gesicht gestochen. Ich auch nicht. Mein letzter Mückenstich war von drei Jahren oder so. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie. Sie sollen vorreinen. Aber ich mag es lieber als Spinn. Deswegen sollte Charlie auch nie mich besuchen. Weil deswegen... Äh, tue ich Spinnen nie was. Auch Bremsen sind ektig. Ich tue Spinnen nie was. Spinnen nie was? Tue ich auch nicht. Ich hab ne Spinnen in meinem Zimmer und das... Ja, und ich... Ich fütter die sogar manchmal. Das würde ich niemals tun. Die würde ich auch nicht. Die füttert sich selbst. Ja, schon. Ich lebe doch schon seit ein paar Monaten. Die ist quasi mit uns eingezogen. Charlie... Hat man doch auch ein gutes Rückenmittel. Obwohl, Charlie, was macht die bekiffte Spinne in deine Spinner? Die ist weg. Die ist weg? Eine bekiffte Spinne? Ja. Ja. Meine Spinne war ein bisschen bekifft. Achso. Und dann? Gott sei Dank ist sie weg. Schaut euch in der Hölle wieder, weißt du ja. Ja, genau. Das ist denn die Schiller-Spille mit Redbox? Ich hatte mal auf Facebook irgendwann geschrieben, ne? Ich hab Angst zu sterben. Aus dem Grund. Weil ich Angst hab, dass alle Spinnen nicht getötet haben. In der Hölle auf mich warten. Um mich umzubringen. Und ich schwör alle so. Ja, Mann. Läuft bei dir. Kein einziger. Echt? Kein einziger hat geschrieben. Hä? Du kommst doch nicht in die Hölle. Ich mein, ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Aber ein bisschen verletzend ist es schon. Alleine wenn du in die Hölle kommst, dann bist du... Vielleicht kommen die Spinnen ja nicht in die Hölle. Nein, nicht um mich zu töten, sondern um mich zu... Laut Charly sind alle, äh, sind Spinnen. Sowieso alle aus der Hölle. Und wenn die sterben, kommen die einfach zurück in die Hölle. Ob die an Hölle kommt? Ist das Ding? Nein, Quatsch. Quatsch. Ich fänd ne Hölle lustig, aber ähm... Lustig. Ein Ort, wo alle Menschen verbrannt werden, die irgendwie ne... Ja, da bist du glücklich, wenn du was machst. Die vorehelichen Sex hatten oder so. Ja, in dem Fall... In dem Fall kommt mal dir die Hölle, ich glaube auch. Ja, dann kommt fast jeder in die Hölle. Eigentlich wollte ich sagen, in dem Fall, ähm... Ja. Aber... Sehen wir uns alle in der Hölle wieder. Ja. Aber ich hab nichts mehr in der Hand. Aber ich hab gehört, die Höllenpartys sind auch die Besten. Guck. Ich dachte, die hätten da nur so Feuer der Leute rumkriegt. Achso, ich brauch wieder... Oh Gott, ich hab auch 34% trinken. Ihr müsst alle mal nach Hause kommen. Ich find ständig sägen, aber irgendwie jetzt im Moment gar keine. Töte auch einfach ein paar Kühe oder so. Ja, mach ich auf dem Weg und ich töte Zombies und bin am Airfield. Ah, das brauch ich. Ach ja, genau. Da hinten ein Reh, aber ich kann's nicht jagen, weil ich keine Schusswaffe hab. Dann... Aber kein Air das Holz. So kann ich mal wieder meine Muni aufstehen. Also ich kann die meisten Kühe mit nem Katana Rechtsklick auf Kopf schon töten. Ja, ich one-hitte die mit meiner Waffe aufgeschossen mit meiner Sniper. Ja, wenn du sie one-hit hast... Ja, äh, Kühe nicht. Kühe rennen nicht weg und äh... Rehe... Kühe rennen aber auch weg. Meine Kühe rennen immer weg. Ja, aber nur, wenn man sie geschlagen hat. Ja, oder wenn man seine Freunde erschossen hat. Ja, das Reh rennt sofort weg, wenn sie in die Nähe geht. Das mögen die nicht. Warum auch immer. Ja... Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Die sind irgendwie cool. Was? Willst du mal meine Freunde abschlachten? Nein! Nein, die gar nicht. Das ist das Komische, was mich so verwirrt an diesen Punkten. Seltsam, ja. Ich bin echt dankbar dafür. Charlie? Ja. Liebe Freundin zu sein, ist eigentlich sofort ein Todesurteil. Nee, ich töte sie ja, ne? Alter! Ich bin so dankbar, wenn sie man betötet. Ich hab kein Stück Fleisch. Ich bin drauf. Ich würde euch ja gerne wieder beliefern, aber ich hab zu tun. Enno ist am Arsch der Welt. Enno ist am Arsch der Welt, das ist nicht so gut. Enno ist der Einzige, der mich regelmäßig versorgt, obwohl Corby hat mir auch Fleisch gegeben. Ich bin mit Enno am Arsch der Welt. Du bist die Einzige, die noch... Du hast von mir Heildings gekriegt. Ich hab eine Bandage gekriegt, aber die kann ich nicht essen. Ich hab das hingekommen. Ist da doch sogar Seeds. Ich bin gleich in der Stadt, so weit weg muss ich da... Hast du schon in Dingens gespielt? Wer? Wie heißt das, äh... Dass du Essen ernten kannst und da dann noch... Nein, nein. Da solltest du reinscalen, aber ich glaub, das wär ganz gut. Ich hab erst mal die Frage gegen den Cooking gespielt. Ja, okay. Oh. Der Baum da noch? Oder... Tatsache! Ich glaub, das ist ein Backtrinken suchen. Nein. Nein. Ich find hier so unfassbar viele Seeds bei den äh... ganzen Farmen. Wie bitte? Du bist... Ach, hier sind so viele Zombies. Oh, ein Hawkehorn, in my guess. Oh! Ja, ich will das Holz haben. Das hab ich vor ein paar Minuten gefunden. Und hab's nicht mitgenommen. Warte mal. Oh. Nein, verarscht. Ich wollte vielleicht mal den Rucksack kaputt machen. Oder mal gucken, ob der größer ist als der, den ich jetzt aufgesetzt hab. Ich finde nur Rosen. Hosen? Mhm. Gut. Ich hab dann nämlich Rosen verstanden. Oh, eine Rose für dich. Näh, keine Rosen. Näh. Wow. Ein stylischer Fernseher. Oh, sie findet erstmal knarren. Also da liegt ne Armbrust. Und? Was ist los mit dir? Guckst du keinen The Walking Dead? Nein, natürlich nicht. Das wär doch nützlich. Ein Samen. Nimm mit. Hab ich doch schon. Nimm schneller mit. Ja. Lesensäge. Wollt ihr die doch haben. Tadao. Wow, hat sie so ne Kreissäge gefunden. So, dann wollen wir mal loslegen. Erstmal... Kick-Aggs. Oh. Boah, du schreifst manchmal echt laut, ne? Ja. Claire. Wer? Corby. Wie? Corby. Ja. So richtig schön ins Ohr. Corby, denn sie so, oh, die haben sogar Ruhe einfach ein bisschen. Soll ich mal im Mikro leiser stellen? BAAH! Der muss sich dem mal... Was ist das? Soll ich mal im Mikro leiser stellen? Nicht an sich zu laut oder wieso? Nein, nein. Nur wenn du kreist. Nur wenn ich schreie. Okay, ja, ja. Ich hab mein Hut abgesetzt. Das muss so. Bei mir war es vorhin, ich bin einfach durch so ein Feld durchgefahren mit ganz hohen Weizen und so. Dass man das irgendwo nicht erden kann, warum auch immer. Ähm. Und dann plötzlich komm ich so raus und direkt vor mir ist Wasser. Ja. Und ich fahr mit nem Auto fast rein. War voll krass, alter. Oh je Gott. Nein. Kann ich irgendwie in dieses... Was ist das denn? Metal Bar? Das weiß ich nicht. Oh. Ich hab auch ne Spitzhacke. Wir können in der Not jetzt auch irgendwas einmachen. Noch gleich groß. Brauch unbedingt aber richtig dringend ne Kisse. Ich auch. Ach. Aber Korpi findet einfach keine Säge. Ja, verzeiht mir. Ich weiß, dass ich schuld bin. Es ist schön, dass wir uns immer so schnell darauf einigen können. Ja. Immer ist der Jungs für schuld. Ist schuld. 18%. So, ähm. Und ihr 13. So. Ah, sehr schön. Ich hab zwei Skill Trees fertig. Ich auch. Geskillt. Nur noch eins. Tja. Hahahaha. Ein Hoch auf Holzhacken. Ach verdammt, jetzt hab ich noch einen und ich brauch ihn nicht. Hacke, Hacke, Kuchen. Der Hacker hat gerufen. Der Hacker? Ah, verdammt. Hat sich irgendwer gehackt? Mhm. Geil. Hacke, 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 Hacke. So, äh, Vorzufrage am Handel. Ja. Wo bleiben die Kisten? Wir brauchen Sägen. Wir suchen seit geschlagenen zwei Stunden Sägen. Da war ja was, ne? Immer noch aufsägen, Gucke. Kann man die überhaupt finden? Muss man die vielleicht verachten? Ja, eigentlich kann man die finden. Ich glaub ich nehm an den Hammermannsfeuch. Oh, ähm. Du hast den teilweise nicht gestellt. Entweder ich hab den Tag nicht gestellt oder die Zeit ist rum. Wir sind bei 19 Minuten. Oh. Dann ist die Zeit rum. Das war's mit dieser Folge. Hey, Überlänge! Ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.